So, Ladies and Gentlemen, heute wieder etwas Koordinatives. Eine Version von einer Standwaage. Ihr geht in die Standwaage, Arme ausgestreckt, und dann geht ihr rum und kaut euch quasi zusammen. Und kommt dann wieder hoch. Muss so machen, wenn ihr hochkommt. Okay, ihr könnt das so langsam gleich machen. Also, zusammenkauen und hoch. Dann macht ihr so fünf bis zehn wieder rum, je nach Niveau, und dann wechselt ihr das Bein. Ihr werdet sehen, eins geht scheiße, und das andere geht richtig scheiße. Eins wieder zusammenkauen, wir sehen, links ist besser. Und hoch. Und hoch. Fünf bis zehn wieder hoch. Und dann legt ihr euch auf den Rücken, Beine gestreckt, und versucht quasi durch Crunches eure Zehen zu erreichen. Und jetzt fasset ihr euch nur so an 20 oder 100 an. Dann kurz durchatmen, und dann wieder Standwaage mit zusammenkauen. So fünf bis zehn Runden, wie immer. Sportfrei, haltet ruhig, ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.